Was ist die Data-Driven Society? Ja, die Data-Driven Society. Also das Thema Daten ist natürlich im Moment auch für uns super aktuell, weil wir extrem viele Anwendungsfälle haben, auch in der Industrie, die basierend auf Daten entwickelt werden. Ich persönlich habe einen Hintergrund dazu, weil mein ehemaliger Professor an der Technischen Universität war einer der Begründer des modernen Datenschutzgesetzes in Deutschland. Und er hat schon 2003 gesagt, mit der Art, wie wir hier Daten einfach einsammeln, weil das war damals die Zeit, wo Facebook auch entstand. Und er meinte, wir müssen Mechanismen entwickeln, mit Daten anders umzugehen. Und ich glaube, dass, daran sind wir immer noch dran. Wir haben viele Jahre damit verbracht, uns darüber zu freuen, dass wir jetzt neue Technologien entwickeln können, neue Lösungen. Jetzt haben wir mit AI nochmal die Möglichkeit, mehr Nutzen aus Daten zu ziehen. Ich glaube, wir haben uns gesellschaftlich nicht viel weiterentwickelt bisher. Das heißt, den Menschen ist immer noch nicht bewusst, welche Chancen und Risiken wirklich in Daten liegen. Und wir haben, glaube ich, ein großes Problem der Transparenz. Wir können heute zustimmen, ob wir jetzt Cookies haben wollen auf unserem Computer und ob wir getrackt werden wollen über Webbrowser. Aber den meisten Leuten ist überhaupt nicht klar, was sind die Konsequenzen davon, wenn ich getrackt werde. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so einer Lösung, die irgendwann explosiv werden kann. Das heißt, man fügt viele Datenpunkte zusammen, die für sich genommen eigentlich erst mal unschädlich sind. Aber wenn ich dann am Ende einen entscheidenden Punkt noch hinzufüge, plötzlich ist es eine unglaublich exklusive Mischung, die mich in einem bestimmten Fall komplett benachteiligt. Ein bestimmtes Beispiel, das ganz berühmt war, ist New York Taxi zum Beispiel. New York Taxi hat alle Taxifahrten in seinem Netz veröffentlicht mit Taxinummer und Zeitstempeln und wohin die Leute gefahren sind. Und natürlich waren da keinerlei personenbezogene Daten drin, aber Leute waren smart genug, in soziale Netzwerke zu schauen und nach Fotos mit Taxis drauf und haben gesehen, dass zum Beispiel Celebrities in Taxen eingestiegen sind mit einer gewissen Nummer, haben in diese Datenpunkte reingeschaut und haben gesehen, ah, da wohnt derjenige also. Und das zeigt, welche Gefahr letztendlich daran besteht, wenn wir die Daten kombinieren. Und ich glaube, das ist ein Risiko, das wir immer noch unterschätzen und wo wir mit Sicherheit Mechanismen entwickeln müssen, zu verhindern, dass diese explosiven Gemische entstehen. Ein anderer Punkt ist aber, dass wir, glaube ich, viele Chancen haben, wenn wir Daten verwenden, gerade im Sinne von Effizienzsteigerung in der Produktion, was jetzt ganz speziell mein Thema ist, oder wo wir zum Beispiel, wir haben ein Venture gebaut, das heißt Status, das Daten synthetisiert, das heißt, es nimmt originale Datensätze, anonymisiert die sozusagen und darauf können wir dann Machine Learning machen und tatsächlich dann bessere Produkte bauen. Das heißt, es liegen auch viele Chancen in diesen Daten, die wir da letztendlich erheben. Die Frage ist nur, wie schaffen wir es tatsächlich, diese Chancen und Risiken gegeneinander abzuwägen und vor allen Dingen, wie können wir den Menschen die Transparenz geben, welche Möglichkeiten in den verschiedenen Produkten liegen, durch Kombination von Daten eventuell auch schädliche Einflüsse zu generieren. Ich denke, das ist ein ganz, ganz essentieller Faktor, auf den wir uns irgendwie fokussieren müssen, um diese, wie wir schön im Englischen sagen, Awareness zu erzeugen. Was passiert eigentlich? Welche Möglichkeiten entstehen durch die Kombination von Daten? Ich habe da ein ganz klassisches Beispiel. Wir haben zum Beispiel ein Bürogebäude mit Sensorik versehen und das war einfach nur Bewegungssensorik, wie man es in der Toilette hat, die anzeigen sollte, ob jemand in einem Raum drin ist oder nicht, weil wir die Heizung effizienter steuern wollten. Und da haben wir unglaublichen Gegenwind vom Betriebsrat bekommen, weil der Betriebsrat gesagt hat, ja, dann wissen Sie ja, wann ich arbeite. Und dann habe ich die Leute gefragt, so entschuldigen Sie, haben Sie einen Computer an Ihrem Arbeitsplatz? Und er sagt, ja, natürlich. Dann sage ich, dann wissen Leute, wann sie arbeiten und woran sie arbeiten, weil sobald sie sich in diesen Computer einloggen, wird das alles mitgeschnitten. Das heißt also, im Zweifelsfall ist dieser Bewegungsmelder nicht das Problem. Ihnen ist nur einfach nicht bewusst gewesen, dass das für jeden schon, direkt möglich ist. Das heißt, als abschließendes Wort würde ich einfach sagen, ich glaube, es steht uns allen gut, uns mehr mit dem Thema zu beschäftigen, aber keine Blockaden aufzubauen, dahingehend zu sagen, so, nee, wir wollen gar nicht, dass diese Daten verwendet werden, weil ich glaube, da steckt sehr, sehr viel Gutes drin. Und gerade im Gesundheitssektor kann man damit auch wirklich sehr viel Gutes für Menschen tun.